Ellen Page hat geheiratet. Die kanadische Schauspielerin gab ihrer Partnerin Emma Portnär das Ja-Wort. Diese schöne Botschaft bestätigen die beiden Frauen auf Instagram. Mehr zum Thema Wenn die Neugier zum Tod wird, sehen Sie hier exklusiv 4 Minuten aus Flatlinas Juno Star, outet sich in bewegender Rede, Ellen Page, ich bin lesbisch schön, sexy und fleischlos, Charit Leto und Ellen Page zu Sexist-Vegetarien, gekürt Juno Star, Ellen Page hat ihre Partnerin Emma Portnär zur Frau genommen. Die 30-Jährige und die 8 Jahre jüngere Tänzerin und Choreografin verbreiteten diese Nachricht mit einem Foto von ihren Händen mit Ehringen. Kent Billy Efe Igeto Kaltis Extraordinary Woman Mühwefe Ad Emma Portnär Aposts Charit Bay Ad Ellen Page On Jan 3 2018 AT 12 zu 19 p.m. PST Ich kann es nicht glauben, dass ich diese außergewöhnliche Frau nun meine Ehefrau nennen kann, schreibt Ellen zu dem Instagram-Foto. Ich liebe dich, fügt ihre Liebste hinzu. Ein paar sind die beiden übrigens erst seit Mitte des vergangenen Jahres. Ellen Page hatte im Februar 2014 bei einer Konferenz der Human-Riegs-Campingistern in einer emotionalen Rede erklärt, lesbisch zu sein. In dem Drama Freeheld – Jede Liebe ist gleich spielt sie eine Frau, die mit ihrer Partnerin für die rechtliche Gleichstellung eingetragener Partnerschaften kämpft. Die aus Halifax stammende Schauspielerin erlangte mit dem Film Juno als Jugendliche, schwangere 2007 internationale Berühmtheit. Für diese Rolle wurde sie für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.